Fuckin' hell. Nee, Max erstmal nicht. Max erstmal nicht. So. Greifen wir jetzt nochmal an. Okay. Ja, jetzt haben wir Tau auch noch da stehen. Das ist auch blöde. So, Freeze Level. Vier. Oh, du Scheiße. Andri, du bist die Beste. Das ist ja geil. Ja. Scheiße, ey. Sorry, aber damit hätte ich ja nun gar nicht gerechnet. So schwer war das ja jetzt gar nicht, ne? Also, da fand ich aber, äh, Michelle um einiges schlimmer. Okay. Ja, das find ich gut. Achso, ist da endlich irgendwas? Was? Was ist das hier überhaupt? Okay, da ist nichts. Nö, hier sind gar keine Truhen oder so. Außer die eine. Da ist nur dieses blöde Valkyrie, äh, äh, diese blöde helle Bade drin. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Davon hab ich ja auch schon irgendwie ein, zwei. Also, schenke ich mir das jetzt? So, ähm. So, erstmal jetzt aufmunitionieren. So, Max kriegt eins. Ja, ja, ja. Also, der Kampf war ja nicht so... Seine... Seine, äh, Viecher waren ja viel nerviger und viel stärker als er. Also, stärker vielleicht nicht, aber, ne? Haben mich viel mehr Kummer bereitet als er an sich. Das ist nicht schlecht. So, Anri. Aleph. So. Aye, ich bin sehr пока. So, Fox trailer. So, coin игры wird automatisch auch nicht. Rohr. heavenly bis bald! To-do-do-do-do-do-do! So, go忍 willkommen! So, kind of Herman? Lalalalalala Lalalalalalalala Nein Hat der endlich auch mal eben Ach, das wollte ich jetzt gar nicht Hüüüü Deals Okay, dann nicht So Ja, ich würde sagen, jetzt beleben wir noch eben unseren Heilungskünstler hier wieder Und dann Tja, dann würde ich sagen Sind wir bereit, äh Weiter zu machen Ja Ja Aber ich würde sagen Da machen wir dann nächstes Mal weiter So, dann Bis Bis zum nächsten Mal Freunde